Treffer! Versenkt! Nein, ich knalle erstmal den letzten ab, der hier noch sein müsste. Wie? Kann er mal da? Oder kann ich bei jedem Block nur einen zerstören? Ah, Türen sind offen. Ähm, ach da. Ach scheiße, kommt die Musik schon wieder her. La la la, ich bin nur der Hausmeister. Ich, äh, mache nichts außer... Ähm, ja, ich soll hier längs. Roof Access, Dachzugang. Na, haut mir jetzt... Ja, bislang haut mir keiner eine rein. Ich hab da so Angst bei Dachzugängen. Hallo, Faye. Jakeknife! Aber, wie konntest... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Und sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callaghan. Warum wir... Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen. Die Boten ausschalten. Ohne Poe. Und ohne die Runner. Werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen... Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet, Frau Popes. Abregung. Weshalb bist du noch am Leben? Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Trühe oder später musst du springen, Faith. Ist doch klar, was wir machen. Weg mit dir, du Bastard. Oh oh. Scheiße. Nein. Oh oh, Alter. Komm her, Schwesterchen. schwesterchen. Das war Mirror's Edge. Ich hätte nicht geglaubt, dass es jetzt schon so schnell zu Ende geht, aber wie wir sehen, gespeichert und der Abspann läuft durch. Ich weiß nicht, ob im Hintergrund Musik zu hören ist, denn die Musik klingt ziemlich kommerziell, würde ich mal so sagen. Aber ich sag mal so, am Ende war es relativ klar, was zu tun ist. Dieser lustige Haltebalken am Helikopter leuchtet rot. Und in dem Moment wusste ich, ah, ranspringen und, sagen wir es mal so, dieser Dreckskerl, also echt, es hat ja noch nicht gereicht, dass er meine Schwester mit, also meine virtuelle Schwester, mit einer Waffe bedroht. Nein, er hat sie auch noch geschlagen und in den Hubschrauber geschmissen. Also, äh, sorry, aber da ist bei mir voll ausgetickt. Also, ich bin, ich bin ja schon die ganze Zeit bei dem Spiel am Austicken, aber das war quasi so der, äh, der, der Mega-Austicker, wo, wo ich echt gedacht hab, so von wegen, du, also, äh, hau bloß ab. So im Sinne von, ich hab ihn ja aus dem Helikopter gekickt. Und im Hintergrund laufen, äh, die weiteren, äh, Mitarbeiter durch. Und wie wir dort sehen, äh, so Niklas, äh, Estrand oder, äh, Henrik Johansson, das sind Namen, die klingen nicht englisch, nicht, äh, deutsch und auch nicht osteuropäisch. Nein, das Ganze klingt ziemlich nordisch. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land das Spiel kommt. Schweden? Keine Ahnung. Das war jetzt nur geraten. Höchstwahrscheinlich ist oben kurz eine Einblendung drin, aus welchem Land das Spiel wirklich kommt. Denn ich muss hier weiterhin den, äh, den Abspann-Song überquatschen, damit nicht irgendwie YouTube ankommt und sagt, du, 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 hast aber böse Copyright-Musik verwendet. Obwohl ich das gar nicht wollte. Übrigens im Hintergrund, äh, hier, ähm, Quality Assurance. Und Third-Party, irgendwelche, was, Writer, Co-Story-Editor, äh, Designer. Rihanna Pratchett, Voice Actors, Faith, Kate. Das sind aber, glaube ich, die englischen Sprecher. Ähm, Mother & Bocap Studios. Ach, Motion Capturing. 2D-Cutscenes, die 2D-Cutscenes haben mir besonders gut gefallen, weil die so im Zeichentrick-Stil waren. Jetzt kommen hier die ganzen Nvidia-Mitarbeiter, die höchstwahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass bei der Zoom-Optik eben quasi im Ende des Spiels das Haus nicht so stark flackert, wie es geflackert hat. Und, äh, hier kommen die Mitarbeiter von. Ein grausamer terroristischer Anschlag auf die Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callagans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Überwachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt. Okay, gut. Das war scheinbar eine kurze Fernsehsprecher- oder Nachrichtenmeldung. Und im Hintergrund läuft auch immer noch dieser Song, weswegen ich hier einfach so fröhlich weiterquatsche. Im Abspann sehen wir jetzt noch hier Quality Assurance. Oh, ist der Song vorbei? Ja. Gut. Jetzt kommt wieder eigene Musik von Mirror's Edge. Da muss ich also nicht mehr so viel labern. Also, dann kann ich hier so... Äh, ups. So. Da war irgendwie ein kurzer Cut drin. Denn Windows meinte mich unbedingt informieren zu müssen, dass ich doch die Updates installieren soll, die es gerade heruntergeladen hat. Und, äh, ja. Ja. Ähm. Falls ihr übrigens nicht gesehen habt, dass da ein Schnitt war eben und ich trotzdem erzähle, dass da einer war. Ich habe den Abspann einfach noch ein zweites Mal durchlaufen lassen. Habe währenddessen dann nicht gequatscht. Weil sonst könnte ich ja jetzt nicht sagen, oh hier, ähm, Lucas Richard. Oder ich sage Chance Schifflett. Richard Silver. Die, äh, sind entweder schon oben rausgelaufen, die Namen, oder sie sind gerade unten erst reingekommen. QR kommt jetzt. UK Test Team. Black Box Test Manager. Aha. Das ist scheinbar eine Firma. Na, auf jeden Fall hat Windows gemeint, ach ja, hier, vier Stunden sind rum. Äh, ich erinnere ihn mal wieder an Updates. Und deswegen, äh, ist da... Naja, deswegen ist der Abspann ein bisschen... Ne, ich quatsche hier über irgendein Thema, was ihr wahrscheinlich gar nicht gesehen habt. Es sei denn natürlich, ich bin zu faul gewesen. Jetzt einfach mal um sieben Uhr morgens noch ein zweites Mal den Abspann hier durchlaufen zu lassen, weil der einfach viel zu lang ist. Ja, wahrscheinlich habe ich so gemacht, der ist viel zu lang der Abspann. Hier, Tiburon Test Team. Hä? Also die Test Teams hätten vielleicht mal hin und wieder darauf achten müssen, dass so Hänger, die ich hatte, ja, die hätte man eigentlich finden müssen als Test Team. Wo man dann irgendwie sagt, so von wegen, naja, gut, okay, das ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen undurchsichtig so, wo man da jetzt längst... Oder hier und da würde ich mal irgendwie sagen, so, ja, okay, die Kämpfe gegen die Olle da, die uns verraten hat. Wo ich zu Anfang schon, also als wir die das erste Mal gesehen haben, ganz zu Anfang, da saß die irgendwie neben uns auf der Couch und hat eine Pizza gefressen oder so. In dem Moment habe ich sofort gedacht, die ist verdächtig. Die ist verdächtig. Verdächtig. Du. Du bist bestimmt auch einer gewesen, der in dem Moment gesagt hat, die ist verdächtig. Der traue ich nicht. Die will uns verarschen. Die wird uns von hinten mit einem Messer und einem, was weiß ich, die wird uns von hinten mit einem Strick erstechen. Oder von hinten mit einem Zug erschießen. Ich habe übersteuert. Und, äh, thank you. We would like to thank our friends and families for their overwhelming and continued support during the production of the game. Und jetzt kommen hier so, äh, Thai-House-Walk. So im Sinne von, äh, wir danken, bedanken uns bei unseren Babys, bei Familien, bei irgendwelchen Lieferdiensten. Äh, der Nachtwache. Bei der Nachtwache wird sich auch bedankt. Wahrscheinlich hat der immer lecker Stullen mitgebracht. Und dann konnte man tauschen, so. Hey du, ich habe Schinken. Hast du Käse? Oh ja, lass mal tauschen. Und der Abspann ist vorbei. Und? Was kommt? Hauptmenü wird geladen. Ja. Damit sage ich, äh, ja. Wir sehen uns bei einem meiner anderen Let's Plays. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auch wenn es einige sehr stressvolle Momente gab. So hatte ich doch unheimlich viel Bock bei dem Spiel. Weil wenn es erstmal lief, dann lief es tatsächlich ziemlich flüssig. Und ich meine jetzt nicht auf Klo oder so, sondern, was den Spiel, Spielfluss angeht. Und, ähm, ich zeige euch hier noch kurz, so ein paar, äh, Sachen habe ich ja freigeschaltet. Zum Beispiel, ähm, sieht man hier, äh, so sollte die Werte Faith eigentlich aussehen. Also sprich, äh, hier steht, sie hat als einfaches Gangmitglied... Als einfaches Gangmitglied hat die Dame angefangen, bevor sie zur Heldin wurde. Also jetzt sieht man hier quasi, erst sollte sie so eine blonde Kurzhaarfrisur haben. Und dann haben sie entschlossen, so, ha, verpassen wir doch irgendwie so einen komischen Rock oder so. So, so, und, und, und diese schwarze Frisur und dieses komische Augenpiercing. Piercing, Quatsch, Augenpiercing. Dieses Augentattoo. Hier, das erste Bild von Faith. In diesem Moment wussten die, äh, Macher, dass sie unsere, ihre Hauptdarstellerin gefunden hatten. Da sah sie noch ein bisschen anders aus, hatte so ein Pony ins Gesicht. So, naja, als Runner, du siehst ja überhaupt nichts. Das heißt, im Endeffekt beim Spiel hätten sie dann quasi so eine, so eine Fransenmatte ins, ins Bild retuschieren müssen. Und hier sieht man dann den finalen Entwurf. Also, wenn man mal vergleicht, die Hose ist anders, dieses gelbe Stickerding auf dem Arm ist weg, die Tattoos haben sich ein bisschen geändert und, äh, ihre Frisur und die Kopfhörer sind anders. Also hier ist ihre, hier sieht man ihr Auge nicht so, hier sieht man ihr Auge und hier, äh, Kopfhörer weg. Und das erste Cover, eine verfeinerte Version des Originalentwurfs. Man kann sehr gut vergleichen, der Zielsucher auf der Waffe ist verschwunden. Ihre Hände sind, äh, definitiv detaillierter und ihr Fuß hat diesen natürlichen Knick, wenn man so irgendwo auftritt mit der Spitze. Also hier nicht, aber hier. Außerdem sieht die Haut realistischer aus und sie hat ein bisschen zugenommen am Bein, würde ich sagen. Weil hier sieht man, ist das, naja, so der Knöchel und so, der, das ganze, naja, egal. Ich quatsche hier zu viel. Ähm, hier gibt's noch ein paar Details. Ach ja, apropos, da trug sie auch noch eine Waffe. In Wirklichkeit hier, der nächste Zeitschriften-Cover, es ist keine Waffe zu sehen. Diesen Cover-Entwurf habe ich tatsächlich sogar auf einer Zeitschrift gesehen. Und dachte mir, oh, geil, das ist ein nettes Spiel. Aber ich hab's mir dann erst geholt, als es bei Humble Bundle mal im, äh, ich weiß gar nicht, ich glaub, das war ein EA-Bundle, da war das mit dabei. Hier, sieht etwas eurasischer aus. Unser erstes Cover, das Faith in Aktion zeigt, da haut sie dem Typen aber ordentlich eine rein, so BATS. Und der knallt natürlich irgendwo in die Gegend. Mal sehen, der Fokus liegt auf dem Nahkampf im Spiel. Ja, das musste ich wirklich schmerzlich erfahren. Ein etwas nachdenklicheres Bild von Faith. Denn Faith ist auch ein Mensch, genau wie wir. Und sie hat Gefühle. Sie steht hier alleine, obwohl sie von einer Menschenmenge umringt ist. Dies wurde später das Grunddesign der Verpackung. Da sieht sie übrigens, äh, sieht schon ziemlich realistisch aus, muss ich sagen. Die ersten Umgebungsentwürfe mit kräftigen Farben. Ja, das hätte mir eigentlich auch, also so dieses verwaschene, verranzte da auf der linken Seite, das hätte mir eigentlich auch gefallen, weil das Spiel wirkte alles so poliert. Also hin und wieder lag mal irgendwo ein bisschen, bisschen Müll rum, aber das war's dann auch schon. Mal sehen, die Stadt Nummer 2, die U-Bahn-Station, die im Rogue Burn-Kapitel verwendet wurde. Aha, okay. Ist das ein Foto? Das ist ein Foto, oder? Das haben sie quasi nachgebaut, weil die Original-U-Bahn-Station hatte so komische blaue Beleuchtung und sowas. Ein Zellenblock, der aus dem Spiel gestrichen wurde. Ja, ich frag mich gerade, wo da bitte... Ach, wahrscheinlich haben sie, dass man den Konvoi nicht überfällt, gehabt und dass du stattdessen im Zellenblock deine, äh, Freundin da irgendwie befreien sollst oder sowas. Der erste Entwurf der Scherbe und der Skyline der Stadt. Ja, ein frühes Bild, das die Ego-Perspektive präsentiert. Das Bild hätte ich auch besser gefunden als das jetzige, hier sieht man immer noch so ein bisschen vom Ausschnitt. Die Anfänge der Runner-Vision sind klar erkennbar, ja, die roten Dinger im Hintergrund. Ein frühes Bild von Faith, die die Stadt überblickt. Und ein Ausschnitt, der die Runner-Vision zeigt. Frühe Farbtests, die als Referenz für die Beleuchtung verwendet wurden. Ja, das Spiel hat allgemein so einen relativ weiß-bläulichen Touch. Es kommen nur selten grün, rot und, äh, Gelbtöne vor, ist mir aufgefallen. Dies war außerdem ein früher Stiltest für die 2D-Zwischensequenzen. Der Ausblick auf die Stadt. Eine frühe Entwurfsskizze der Ego-Perspektive. Jetzt ohne Brüste. Oh, hier, Celeste, die Verräterin, die Bitch, die, naja, ein Celeste-Entwurf, ja, der finale Entwurf. Ja, da hat sie schon diesen bösartigen Blick, so, na, na, ich bring dich um, wenn ich kann. Oh, hier, der, ähm, ja, der Streifenpolizist, den wir zu Anfang verprügelt haben. Den haben wir auch verprügelt. Den mit dem Schild hab ich gar nicht gesehen. Jackknifes Ursprung, er war ursprünglich in der gleichen Gang wie Faith? Hm, ja. Ja, die Rohentwürfe, wo er noch, äh, Haare hatte. Merc, frühe Entwürfe von Mercury. Eine frühe Version von Miller. Irgendwie sieht er auf, irgendwie sieht er da aus wie Agent Smith von Matrix, außer Matrix irgendwie. So, hm. Mal sehen, Miller-Entwurf, der finale Entwurf. Ja, schon definitiv besser. Oh, hier, Rope Burns Statur und seine Goldzähne. Ja, auf dem Bild sieht man, äh, auch wenn er einen Wrestler darstellen soll, er ist unheimlich korpulent, muss ich sagen. Also, alleine die, 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 das Bild von seiner Unterhose geht mir nicht mal aus dem Kopf. Der finale Entwurf von Rope Burn. Mal sehen, frühe Entwürfe des Sonderkommandos, inklusive einer verworfenen Version einer Gasmaske. Der finale Entwurf des Sonderkommandos. Ja, ich hasse die Kerle, ich hasse sie, ich hasse sie. Ich konnte ihnen nur mit Waffen beikommen. Man hat ja gesehen in der Finalmission, dass ich da gefühlte halbe Stunde nur an diesen einen Penner gesessen hab, bis ich da endlich eine Waffe in der Hand hatte. Jägerskizzen. Oh nein, die paar. Also, die hier waren schon scheiße, aber die hier, die konnte ich ja noch nicht mal verprügeln oder ihnen irgendwas wegnehmen. Die kamen so flickflack so, ffff, 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 hinter mir hergesprungen und haben mich immer fertig gemacht. Jedes Mal. Ohne Ausnahme. So, ffff, ffff, ffff. Obwohl, Ninias sind doch, glaube ich. Na, egal. Der Jägerentwurf, der sieht aus wie ein Baseballfänger, der beim Baseball immer hinter dem Schlagmann steht. Runner. Skizzen anderer Runner. Okay. Merck lebt in einem entkernten Klimaanlagenkühlturm. Das Innere von dem Unterschlupf. Ja, ist hübsch. Wobei, was liegt da auf der Couch? Aha, hatte er etwa Damenbesuch und die hat ihre Klamotten so schnell so, oh, ich mach jetzt mal ein Foto von meinem Heim. Und die Dame so, oh, scheiße, hinter die Couch. Wetten, hinter der Couch liegt eine Frau? Der Koffer. Ja. In der frühen Version der Story spielte der Koffer eine deutlich größere Rolle. Ja, hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass man die Koffer quasi, dass das nicht so ein beiläufiges, ne, ist scheißegal, ob du die jetzt findest oder nicht, geschnittene Befragungsszene. Was? Zeigt, wie die Ego-Perspektive in Zwischensequenzen verwendet wird. Ja. Die Server der Scherbe, die Server, die über die, was? Die Server, über die die gesamte Überwachung der Stadt läuft. Aha. Okay. Ausbildungszentrum von PK. Ach, das war, ich hab mich schon gewundert, warum wir da irgendwie von so, auf so komischen Gebilden rumhüpfen. Gemälde Nummer 1 aus Robburns Büro. Gemälde Nummer 2 aus seinem Büro. Oh ja, hier. Schön, äh, Lastenkran. Gemälde 3. Noch ein Lastenkran, nur diesmal die Räder. Cover-Skizzen. Cover-Design-Skizzen. Die meisten wurden aber nicht verwendet. Genauso wie, äh, die hier. Oder die hier. Was sind das da? Für das Crowd-Cover? Ja, das waren eigentlich schon alle Bilder. Ansonsten gibt's hier noch, äh, Videos. Hier. Jede Menge Videos. Ich weiß gar nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Okay. Das sieht aus wie die Anfangssequenz. Ja, das ist die Anfangssequenz. Nur ein bisschen pixeliger. Ach ja, zu der Zeit lief das alles noch flüssig. Da konnte man, so wie man hier sieht, so, genau so, konnte man da von, von einer, einem Ende zum anderen. Man, man ist nicht ständig gestorben, man hat dies und das und jenes und, äh, ich glaube, das Video endet gleich, wenn sie zur Tür kommt. Ah, hier, ach, so kommt man da schneller rüber, ich Idiot. Na, mal sehen. Äh, ja, da springt sie daneben. Deswegen mussten sie wahrscheinlich schneiden. Mirror's Edge. Ja, ja. Das ist eigentlich so, das ist der Trailer, oder? Zack, ja, als wenn ich jemals jemanden so entwaffnen hätte können. Und das ist mit dem Fahrstuhl die Szene eben. Ja, das ist, das war so eine Matrixsequenz. Yo, Bitch. Ich stehe auf dem Kran und wo stehst du? Du fliegst in den Hubschrauber. Mirror's Edge. TM. Ja. Schön, also, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das hier jetzt auch so geschnitten, dass ich, äh, gar nicht während des Abspannes quasi geredet habe, wirklich, sondern dass ich das hier jetzt irgendwo so den Abspann zur Seite geschoben habe und einfach reinquatsche. Also, ich weiß nicht. Naja, je nachdem, mal sehen. Vielleicht mache ich es ja so. Aus, hier, hier gibt es auch noch, äh, die ganzen Songs. Rope, äh, die ganzen Songs, ja. Ja, auf jeden Fall. So, das war Mirror's Edge. Ich gehe auf Spiel beenden und, äh, sage Tschüss. Wir sehen uns dann bei einem meiner nächsten Let's Plays. Schaut auch mal in die, äh, auf die Kanalseite. Da findet ihr alle Let's Plays schön ordentlich als Playlisten. Und, ähm, ja, schaut meine anderen Let's Plays. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Favorisiert oder abonniert mich. Und, äh, ja. Gut, das war's. Ich sage Tschüss und, äh, wir sehen uns, äh, mit Sicherheit in einem anderen Let's Play. Oder auch nicht. Ist eure Entscheidung. Tschüss. Ich sage Tschüss und, äh, ich Department zu 제품. Ich sage Tschüss und, äh, ichнибудь. Ich sch scared das 봐. Tschüss. Ich sage Tschüss. 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 Weltllikum. ok